hallo liebe freunde und es geht weiter mit it takes two und coco coco ja machen endlich weiter und ja sein wie kommt das so vor dass wir das gefühl das spiel seit zwei jahren schon spielen ne neun jahre neun jahre wo bist du denn da so guck mal hier ist ein schach aber ich kann nicht spielen vielleicht ist das was anderes kommen doch schnelles spiel dann gehen wir einfach raus weil ich kann ich spiele einfach keine ahnung lassen einfach komm du bist dran schnell schnell wirklich ich würde so gerne wissen wie schach funktioniert wie geht das ich mache einfach irgendwas schreibt gerne unten in die kommentare falls ihr wissen solltet wie schach funktioniert falls es einfach ist ich glaube wenn ich das so mache habe ich dein ding nein was ist das denn wie soll wie muss man irgendwie ach du hast es ach so funktioniert das ja dann geh mal weg da geh mal weg da machen was ist keine ahnung irgendwie hat das mit dir zu tun ach so man kann überall sitzen wo man möchte ich gewinne aha jetzt verstehe ich das ok ok komm schon komm schon ich habe gleich schachmatt glaube ich du musst doch nachdenken ein bisschen du hättest meins einfach kaputt machen können und schachmatt glaube ich schachmatt schach ach so schach ich habe jetzt schach schach und gleich schachmatt aber wie wie funktioniert schachmatt was muss ich machen ich habe gewonnen glaube ich habe gewonnen glaube ich was passiert ach komm ich habe keine ahnung wie das funktioniert das macht gar keinen spaß das macht keinen spaß wenn man nicht weiß so genau was man da zu tun hat natürlich naja komm lass gehen wir sind im himmel aber ich glaube wenn man das weiß dann macht das bestimmt spaß bestimmt was machen wir mit schachmatt spielen wir haben ja zuhause schachmatt ok wir haben schachmatt haben wir nicht schachmatt ooooh ooooh was ist das geht es dir gut hör auf mich nachzumachen ooooh guck maaaal ich spiele ja schön piano lass mal spielen was hörst du was ooooh boah ist schon dreckig hier ah guck mal A B C D boah ich wünschte ich könnte auch Klavier spielen ne ah ich bin tot das hat doch gar nicht mal gebrannt oder? naja ok was müssen wir hier denn machen? wir müssen hier irgendwie hoch was ist das hier? ja klar ich sterbe wenn ich ins Weinglas stürze wo bist du denn? hey was müssen wir denn hier? flöte? dann benutzt es doch mal achso ich muss da hin wo bist du denn? im Ring Klavier drange ich jetzt wie musst du denn da rein gekommen? boah diese Kontrolle ist ja komplett es geht gar nicht mehr ooooh aber wo bist du? ah flöte kannst du da nicht rein? ah ich muss singen ah ok du musst auf die Flöte nein Mahut du musst du musst mal auf die Flöte du musst da drauf und dann muss ich dich da rüber katapultieren und du musst dich seilen tschüss geh mal schön weiter geh mal schön weiter oh mein Gott was war das als Spiel genau du musst doch immer X und danach Fähig drücken ich bin wirklich mit meinen Nerven zu Ende am Ende ich kann nicht mehr reden immer wenn ich mit dir zusammen spiele kann ich nicht mehr reden mein Deutsch ist eh nicht gut aber wenn ich mit dir spiele ist es Katastrophe ja du bist in der Ruhe ich kann dir jetzt kommen was denn? es gibt auch Ärzte die kein Deutsch können hallo? ja die kommen aus Afghanistan mit Putin ja klar wieso bin ich gestorben? wieso sterben wir? ah ok oh das ist ein bisschen ducken sie ducken ich weiß nicht was müssen wir denn machen? Moment jetzt ach du hast Schild du musst doch was machen ah ich muss hinter dir glaub ich ja warte auf mich ok gut gemacht Mahmut ah ah wow jetzt ist aber richtig Team Arbeit gefragt ah jetzt müssen wir wirklich zusammen arbeiten wie das aussieht komm da boah das war knapp warte warte auf mich gehst du links oder rechts geh lieber links rechts rechts ist mein Stick kaputt da kann ich besser lenken links ey mach hör auf ich will jetzt nicht sterben hör auf mach es passiert glaub ich auch nicht ich muss mich unbedingt was machst du? mach du ja toll jetzt bin ich komplett hinten von links was machst du? was machst du? ja mein controller ja mein controller was machst du? ok ah ich hatte echt keine Lust mehr zu sterben so 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 ok ok du musst jetzt da rüber springen ok erstmal hier von links komm los ich mach einfach wir machen ein bisschen langsamer na ich halt das ja nur oben ok let's do ok tauschen tauschen ich hab jetzt keine Lust die 10 Minuten wie gibt das? nein du musst äh hier gedrückt halten und dann zählen immer abwechselnd mal dort mal hier mal so ok tauschen tauschen geht so wie fühlst du dich eigentlich manchmal wenn du das nicht hinbekommst? dann weiß ich ich hab immer ein Kind das erlebt nein man hat nur was erlebt wenn man im Kindheit diese Spiele oder solche Spiele gespielt hat ich hatte beides Trost und Games oh ich sag mir das ist die erste Runde kommt mir sofort letzte Finale ja da ist ja letztes äh Blatt Teil was wir noch suchen müssen aber wie lange das noch geht wissen wir ja noch nicht hast du nicht Finale geguckt von anderen Spielen? mhm nein das macht doch gar keinen Spaß wenn ich selber spiele ja aber wo ist die Finale oder so? darfst du nicht mehr ne man muss aufpassen man wird so oft gespoilert da war man da ich richte die ganze Zeit Prinzen da ich glaub schaffst du dich drauf Prinzen? mhm egal ich muss mich jetzt konzentrieren ich werde bestimmt jetzt singen ich werde bestimmt jetzt singen das Buch müsste eigentlich nicht beim Papi sein heißen oh wir haben neue Dinger Springen? oh ich kann fliegen ok wir müssen diese goldenen Noten da äh weiß was ich meine sammeln boah ich seh nichts weil das so hell ist ok sammeln wir bitte auch diese golden Dinger Noten das ist zu hell ne? hoch hallo nach oben BAM 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 was ist das denn was haben wir denn hier? wie soll ich dann sammeln was war? einfach drüben durchgehen oh was ist denn das hier? guck mal wie soll ich dann sammeln was war? wir können schon wieder runter hier hallo 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 ah guck guck mal oh streiche ich ihn oder haue ich den? guck mal wie das aussieht oh ja 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 warst du wieder unartig du? hey mach mal das besser das geht ja mal gar nicht mehr eh nein abbrechen was passiert wenn ich hier draufkomme mal runter ok das war nichts besonderes tschüss boah das ist so hell ist das nur meine Seite so oder bei dir ist das irgendwie normales Gefühl? hm naja sammeln wir mal schneller jetzt ja DALI DALI was ist das denn da unten? ah man Controller was ist denn das? Zukunft voraus? ok da bin ich mal gespannt ich will wissen ob wir uns scheiden lassen Blitz da heißt guck mal was bei mir passiert ich bin gestorben das war meine Zukunft mein Zukunft hat mir gesagt dass ich sterben werde ok komm du mal mach du mal ich will nochmal achso in der Zukunft werde ich durch einen Blitz sterben ich glaub an sowas was ist das? oh oh ok naja ich glaub erste Tor haben wir aufbekommen aber da vorne habe ich noch was gesehen das muss ich mir mal anschauen oh oh guck mal ich habe eine eigene Hütte ich weiß nicht was das ist oh erlaube sie beobachte sie was passiert wenn du auch hier reinkommst eigentlich wo bist du denn? komm her 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 du Pelé wirst du mir alle aus den Fronteres du bist mir auch nicht angst besser komm her we Clint was ist das? Was ist das? Okay, mach weiter die Wolken fertig. Okay, du musst die Wolken treffen, so wie es aussieht. Muss ich die auch treffen? Ja, ich muss die auch treffen. Okay, let's go. Wo muss ich aber? Wir müssen die Wolken, glaube ich, in die Mitte. Ach, glaube ich. Warte, sie können uns her. Glaubst du, sie können uns her? Waren die Teufel sich rufen? Ah, der pinkelt. Was heißt, der riecht? Pinkelt. Okay, wenn die anfangen zu pinkeln, müssen wir die, glaube ich, in die Mitte. Ich bin mir nicht sicher. Pinkel doch jetzt. Hau die mal. Du musst mit dem Schild, was du hast, hauen, damit die pinkeln, damit die weinen. Guck, einer kommt jetzt. Ich glaube, der hier. Ja, jetzt. So, nein. Hä? Ach so. Guck mal, wenn es regnet, man sieht ja den Boden nicht, wegen dem ganzen Nebel, ne? Und du musst dir alle versuchen, zu Wein zu bringen, damit das hier sich alles öffnet, damit wir den Schlüssel finden. Und ich muss dir irgendwie dorthin lenken, wo es noch halt nicht offen ist. Okay? Okay, hau dir einfach gegen diesen Ding, gegen die Wolken. Mach das einfach. Der fliegt nicht mehr. Was ist denn weg, wenn du? Oh, wo ist denn dieser Schlüssel? Ah, ich hab ihn, ich hab ihn, glaube ich. Ich hab den Schlüssel, hier. Das ist doch ein Schalter, das ist doch kein Schlüssel. Oh oh, Monster. Ich glaube, es gibt... Ah, ich hab noch... Ich hab den zweiten auch noch. Ich geh da runter. Ah, du musst es aber hier regnen lassen. Sonst geht das nicht. Hau den Wolken nochmal. Genau den. Boah, ich hasse... Mein Kontroll macht mich so aggressiv. Schau mal gegen diese Wolken nochmal. Wo ich jetzt bin. Genau. Ah, ich hab den Schlüssel. Ey. Wie kann ich denn nicht mit, man? Ich hab jetzt den Schlüssel, glaube ich. Hallo. Vielleicht muss ich jetzt einfach öffnen. Ah. Okay, wir brauchen aber noch einen Schlüssel. Was ist so schwer mit dem Controller, ne? So, und jetzt? Müssen wir den wieder... Achso, den müssen wir jetzt wieder killen. Genau. Boah, fliegt durch. Hast du den Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Und das ist so hell, ich seh nicht. Okay, hier. Ich hab den Schlüssel, okay. So, endlich. Boah, das war so nervig. Okay, komm. Mach Mut, runter. Runter, hier runter. Komm, look at the orchestra. Achso, damit ich anfangen kann zu singen. Bitte uns anschauen. Alles klar, das war die eine Hälfte. Gehen wir auf die andere Seite. Okay, eine haben wir noch. Das machen wir aber ab der nächsten, ne? Bei der nächsten Folge. Weil Nachmut kann nicht so lange spielen. Sonst bekommt er die Krise. Okay, later. Dann müssen wir zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.